So, und dann sind wir wieder zurück zur Let's Play Fierster Online. Ja, ja, jetzt wieder auch noch professionell machen. Ich bin immer professionell. Ja, noch am Humspacken bin erodiert. Ah ja, herzlich willkommen zurück, tralala. Am Arsch. Ja. Nein. So, wo musst du hin? Moment, darf ich eben das alles abgeben? Danke. Oh nein, dann kommen wir hier nie weg. Ich will das auch nur abgeben. Ja, du kannst automatisch aber nie wiederholbaren Quests. Das heißt, du wirst hier das immer und immer und immer und immer und immer. Nein, jetzt gehen wir mal in den Össelturm. Das hat sich ja bei unserem Levelproblem immer noch nichts Großartiges geändert. Nur weil ich ein Level ab hatte. Ich würde das mit 45 versuchen. Ich muss doch nur bis Level 15. Ja, aber ich muss ganz nach oben. Ja. Wir wollen ja beide was davon haben. Ist so? Ja, ist so, ne? Ja, ne? Ich denke. Ja, ne? Mhm. So, was hast du denn sonst was zu erledigen? Ähm. Ich müsste noch zum Friedhof der Toten. Der Friedhof der Toten? Jo. Wo ist der denn? Äh, da muss ich auch rennen. Wo ist der denn nochmal? Ja, wo ist der denn? Ach! Mann, ist so blöd. Warum? Wahrscheinlich sind wir ganz in der Nähe. Jo. Aber schau nicht da rein, ne? Jo. Warte nochmal. Bistel. Oh, Maler trinke, Maler trinke. Du müsstest die Dinger übrigens mal aufsammeln. Ist ja gut. Und hier rein. Zum Friedhof der Kuscheltiere. Das dachte ich mir wohl. Und die sind ja üblich mit dem Level. Lass uns mal die Mami machen. Ja, die brauche ich auch gar nicht. Aber mach mal. Doch, ich brauche ein Magiebuch des Friedens. Ja, ja, wir brauchen das gleiche. Aber. Ah, okay. Du solltest mich zumindest zwischendurch heilen. Ach so. Ach ja. Ja, weißt du, wie ich es mir an, was du mich heilst? Weißt du, wenn ich schon die Arbeit mache, kannst du mir jetzt auch was machen? Ey, ich hab's ja nur angebohrt, wenn ich gesagt hab, ich das tue. Ach so, wenn du mal trinke brauchst, kannst du hier mit aufsammeln. Das mach ich doch grad. Gut. Du willst ja nur so ein Saktor. Ja, ich auch. Oh, eine Spinne. Ich glaube, ich spinne. Danke fürs Heilen. Brauchst du doch noch gar nicht, ey. Eben schon. Ich hab das schon im Blick. Keine Panik. Ich hab aber Panik. Das geht dir verdammt schnell. Hast du nicht grad noch gesagt, auch wie süß? Was haben die denn für ein Level? Ja. Aber ich bin zufällig, warte. Periodischer Schaden, vergiftet. Das heißt, mir wird permanent was abgezogen. Warte, warte, warte. Danke. Jupp. Ich bin einfach der Beste, ey. Eigentlich kann ich mich zur Ruhe setzen. Ich hab das Spiel quasi schon durch. Max, der wird 135 übrigens mittlerweile. Ja, hab ich doch fast. Da fehlen dir aber noch 100. Ja. Ey, pamsst du mich mal nicht so von der Seite an, Penna. Da bin ich ja noch näher dran. Gar nicht. Ich glaub, 43 ist näher an der 135 als... Ich hör dir gar nicht zu. 35. Du musst mit der Realität auch leben können. Ach nee, noch nicht mit deiner. Ähm. Welcher Realität ist denn bitte? 35 näher an 135 als 43? Ganz einfach. Erde 2, 166. Ja klar, jetzt ist es so weit. Ja, das Multiversum. Hast du denn gar keine Ahnung? Das dreht ja komplett ab. Ich? Ja. Ja, schön, dass du es zugibst. Mein Hund hat wieder Angst, weil sie draußen wieder am Knallen sind. Scheiß Übung. Das muss ich mir nicht so anstellen. Ja, sie hat nur mal Angst davor, wenn es rumballert. Kann ich auch nicht hören. Das ist genauso wie Cleo. Hat sie Angst, weil ich eine Kiste reintrage und raustrage. Ja gut, okay, da ist sie dann nicht so. Aber wir sind draußen mit ihren scheiß Panzern rumschießen. Wenn sie jetzt immer wieder Krieg spielen wollen, dann, naja. Sonst wird es eigentlich immer angekündigt. Das wissen wir aber irgendwie nicht. Hier wird es auch nicht angekündigt. Doch eigentlich steht das immer bei Facebook in der Augusthofer Gruppe, wenn Manöver ist. Damit man halt weiß, wie lange das geht und tralala. Aber eben. Nö. Ich brauche drei Zombie-Königin. Ja, ich auch. Da müssen wir aber jetzt mal hinkommen. Ja. Weil du nicht zufällig gesehen hast, ist hier relativ viel los. Ja, das stimmt. Vorfallend. Da ist übrigens einer. Mhm. Gleich halt ich kann, glaube ich. Das will ich hoffen. Nö, tschüss. Nein, ich habe gerade ein Zauber entfernt. Entfernt? Entfernt auf meiner Liste. Ach so, das ist schlecht. Ja. Ja. Ich vergesse, dass man mit, äh, links, doch mit links, links klickt, glaube ich, das entfernt. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. So, warte mal. Nein! Ich weiß nicht, welcher Zauber mir da fehlt. Das ist schlecht. Der hier. Gut. Dann dann mal auf die andere Seite. Jo, da bist du schon wieder vergiftet. Warte. Ist aber diesmal ein anderer. Ich weiß nicht, ob du den ein kannst. Hä? Äh, nein. So. Ah, weg. Sehr gut. Ja, ne? Ich bin Arzt. Ich bin Arzt, lass mich durch. Nee, du bist durch, lass mich Arzt. Nee, ich bin Arzt. Nein, ich bin Arzt. Ich heile. Du machst alles tot. Ich nicht. Das stimmt. Ich rette Leben. Nur nicht mein eigenes. Sonst wäre ich eigentlich schon dreimal gestorben. Natürlich nicht, aber... Ich bin noch gar nicht gestorben. Ich rede ja auch nicht von dir. Ja, ich weiß. Ich habe ja nur gesagt, ich bin noch gar nicht gestorben. Ja. Und nicht, ich bin noch gar nicht gestorben. Er will sie wieder angeben, ne? Das hat was mit angeben zu tun, wenn ich sage, ich bin noch nicht gestorben. Du musst immer auf die Toren achten des Gesagten. Ja, Frau Bruckmann. Und was klären wir heute in Deutsch? Bitte was? Sie hieß meine Klassenlehrerin damals. Ach, du grüne Neuner. Der wird Deutsch hatten. Das schauen wir nicht oft. Doch, leider zu oft. Und die hätten wir auch noch hin. Ja? Ja. Wo hattet ihr sie? Deutsch, Mathe, Kunst, Textilgestaltung. Weißt du? Fängt einen Satz halt und sagt dann Inn. Ja, in vielen anderen Fächern, ja. Ja, aber nach dem Inn kam ja nichts. Ja, jetzt hast du es ja gehört. Mann, ist das ja eine Nebelwolke. Ich sehe gar nichts mehr. Öff. Siehst du den Rauch hier nicht? Den Staub oder was das ist? Ja, weiter ferner. Wir standen gerade mittendrin. Nein, standen wir nicht. Äh. Ja, dann funktioniert mein Spiel scheinbar anders. Das ist genauso wie, wenn ich mal vor dir laufe, obwohl du vor mir läufst. Das ist immer unterschiedlich, mein sehr junger Paar da waren. Oder hast du mal in einem MMO gesehen, dass bei jedem Spieler alles gleich aussieht? Halt's Maul. So. Du kannst ruhig zugeben, wenn du Unrecht hast. Ja, du kannst auch mal zugeben, dass du Unrecht hast. Aber ich meine, ich habe dich ja ganz aufgeheilt. Es kommt ja nicht auf das Buch bei sowas. Also das spielst du echt nicht. Das kommt eigentlich oft genug vor. Du gibst es nur nicht zu. Ich meine, hatte ich das letzte Mal Unrecht? Gestern. Was war gestern? Äh, Mittwoch. Ehm, wochentag weiß ich. Aber was war gestern? Ja, gestern. Ja, was war da? Dein Stream. Oh ja, den habe ich ja verpasst. Also das heißt, ich war ja Wander. Ich meine, ich muss hier arbeiten. Wollte ich gerade sagen, du warst doch gar nicht da. Eben. Also. Er sagt über die ganze Zeit. Ja, wo hatte ich gestern Unrecht? Ich frage Heilbrot. Der stimmt mir bestimmt zu. Weißt du? Und dann auch noch Ausreden suchen. Ey, unglaublich. Unglaublich. Bist du, ne? Ei, ei, ei. Ei, 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 ei. Wie geht's eigentlich den Ketzen? Thomas, oh. Ja. Ich muss durch den Monsu. Hinter die Welt. So, war ein schönes Let's Play. Wenn noch sehr kurz. Bis ans Ende der Zeit. Bis kein Regen mehr fällt. Ich kann dich auch muten. Das ist dir klar, ne? Dann kannst du da gerne sagen. Ich bin da nicht mehr. Boah, ey. Das war mega knapp. Ich weiß. Gut, ne? Weißt du? So kleine, neun. Wir müssen. Dinger, ne? Halb mal meine Krankheiten. Äh, ja. Wisst du? Hat funktioniert? Nö. Wie? Nö. Ja, nö. Steht dir noch. Drei Minuten und vier Minuten. Okay, eins ist weg. Ach, boah. Dann bist du anstrengend. Das andere ist noch nicht weg. Äh. Bist du jetzt gesund? Nee. Äh. Ich wundert gar nichts mehr. Äh, wie öffne ich nochmal das Fenster, wo ich meine Zauber verstärken kann? Also, pushen. K. Genau. Heilung. Nee. Segen. Kurieren. Boah, wieso ist denn das nur auf eins? Das stört mich. Ja, weil du sie ungepusht hast. Äh. Ja, weil es nicht geht. Nee, egal. Nee, kann ich? Ja, du kannst es ja auch. Du musst es ja auch kaufen. Ich weiß. Das ist ja kein Problem, dass es ja nicht geht. Kann diese Frau mal irgendjemand zum Schwein bringen, ey? Ja, was denn? Und nein, ich meine natürlich nicht irgendwie umbringen oder so, sondern einfach mal den Snorbel halten, wenn es angebracht ist. Nö. Stimmt auch wieder. Das wirst du in diesem Leben nicht mehr erleben. Gut, das war aber knapp, ne? Das ist ja deine Aufgabe, mich zu heilen. Wenn du dich hinkriegst, verreckst du als nächstes. Ich krieg's doch hin. Gut. Du lebst doch. Du lebst doch. Siehste. Ja. Brauchst du auch nicht verrecken. Alles gut. Ja, das weißt du nicht. Naja, war das in der Verb? Du nährst dich der 100. Ich wollte gerade sagen, und noch näher dran. Geil. Guck mal, die sind jetzt noch ein bisschen am Humpeln. Das sah ja fast so aus wie ich, wo ich mein Fußding hatte. So, dass ich nicht verfolgt war. Doch, innerlich. Du kannst da stehen bleiben. Ich lauf um dich rum. Okay. Ja, dann kannst du nämlich besser mich heilen und andere Kamikaze Sachen machen. Du brauchst nicht immer mitlaufen. Ich versuche, um dich herum zu tanzeln. Das macht mich aber nervös. Das ist mir ja egal. Ach so. Ja, dann. Weißt du? Ja, wir warten jetzt nur auf diesen einen komischen König. Ja. Ich hab keinen Bock, wieder den nächsten Raum zu latschen, wo 30.000 andere Zombies rummeiern. Nee, muss ja auch nicht sein. Huch, scheiße. Was denn? Ich hab auf der Seele mal selber gewirkt. In dem Boden hast du es gezeigt. Keine Chance. Ja, ne? Also den hast du richtig fertig gemacht. Ja. Ich weiß. Ich hoffe, du fühlst dich jetzt besser. Ja. Ja? Ja. Da hab ich ja beruhigt. Nein, eigentlich nicht. Ich fühl mich richtig, richtig gut. Das freut mich. Ja, ne? Das ist gut. Oh, auf der Karte sind mehr Sterne. Wenn du mich gut fühlst, dann fühl ich mich auch gut. Das ist gut. Mhm. Oh, eine S-Karte. Wie geil. Oh, eine Arschkarte. Scheiße. Ach, Mann. Was denn? Was denn? Wieso ist das denn hier drin? Ach, da. Okay. Das wirst du auch nicht. Oh, ich hatte... Oh, 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 oh. Oh, bessere Ringe. Ja, ich hatte auch einen guten Ring. Ja. Ich jetzt auch. Ach, dann kann ich ja mal gucken, was ich noch Neues annehmen kann. Während wir warten, bis das Ding respawnt. Das kannst du machen. Ja, die Wehrbären nehmen wir natürlich an. Ähm, imaginärer Vogel. Nehmen wir auch einfach mal an. Ich nehm den Turm von Özel an. 16. Windige Höhlen. Unbegrenzte... Lass ich erst mal... Nee. Gublins. Gublins. Die Probs. Das nicht... Nicht zu vergessen, die Gublins. Gublins. Ja, du drückst das immer so schön aus. Gublins. Ah, ich kann nicht mehr Quests annehmen. Ich bin bei 40 oder mehr. Okay. Gott sei Dank. Ja, das ist sehr schade, natürlich. Vor allem sagst du Gott sei Dank. 40 Quests. Und danach kann ich sie ja weiterhin annehmen. Ja, ja. Wenn du die abschließt und wieder Platz hast. Ja. Du musst die übrigens auch alle machen. Ich muss überhaupt nicht, dass das mal klar ist. Doch. Nein. Doch, du hast keine Wahl. Wieso? Denk dran, du kannst stehen bleiben. Ach ja, stimmt. Ich renn' eh einfach nur um dich rum. Ich reiß mich auch noch an. Ja. Unverschämt. Gut, ne? Das ist wirklich sehr... Nee. Du auch. Hallo? Ich komm's ja nicht darauf, dass das jetzt gut ist. Weißt du, es ist? Äh. Nein. Äh. Es wohnt einfach nicht. Ich hatte Angst. Wirklich? Du bist ja auch so ein bisschen furchteinflößend, muss man ja auch mal sagen. Naja. Nein, stimmt. Das war gelogen. Wo bleibst du denn? Äh. Ja. Sag mal. Äh. Lauf doch da nicht gegen. Bist du denn? Ach da. Ich glaub nicht so nah an den Weg da ran. Mach ich doch nicht. Ja, das war ja wohl nicht nah. Entschuldigung. Mein sehr, sehr junger Padawan. Sag das noch einmal und ich glock mich aus. So viel Zeit haben wir nicht. Wo willst du überhaupt hin? Wo soll ich das denn wissen? Ja. Es wäre einfach, wenn du mir folgen könntest. Folgt ihr doch. Na, drei Jahre, ja. Na, was hat dir die Mutti immer gesagt? Hör auf, die Mutti. Genau. Oh, was du sagst. Also, folg mir. Kanalradde. Gehen wir mal. Was? Ja, du stammst von einer Kanalradde ab. Oh mein Gott, das wird ja immer ein Kasacher-Stamm-Bomb. Jetzt ist mal die Frage, warum lässt du dich mit einer Kanalradde ab? Nein, nein, nein. Die Kanalradde, die war vor Jahren mal. Da hatte ich nichts mit zu tun. Das war dein Großvater. Danke fürs Heilen. Oh, weißt du. Hä, ich hab doch drei gedrückt, verdammte Kacke. Nett. Da, das wär da wieder in der Jan. Hast du's super gemacht. Davon lasse ich mich einmal. Ich hab auf Heilen geklickt, verdammte Scheiße. Ja, scheinbar nicht. Ja, warte, lass mich eben kurz meine Rollen wieder einschmeißen. Oh, Hilfe. Hast du die zu spielen? Warum spielst du's dann? Weil du mich das bezwingst. Nein, tu ich nicht. Ach so, dann können wir ja aufhören. Jo. Nein. Siehste, also willst du's doch spielen. Nein. Ja, was denn nun? Dann hör doch auf. Nein. Das geht auch nicht. Hä? Ja. Ich versteh's ja auch nicht. So verstehen wir's beide nicht. Das macht ja auch gar keinen Sinn. Ich weiß. Gut, ne? So, bist du endlich soweit? Ja. Wenn du mal kurz auf mich warten tätest. Hättest du mich geheilt? Hättest du mich geheilt? Ohne die wir jetzt gebraucht haben. Das ist übertrieben. Nein. Durch das Kämpfen. Wir sind bei 23 Minuten. Die Hälfte vom Part. Haben wir hier durchgebraucht. meine Güte. Was denn? Ja, heul mal nicht rum. Hättest du mich heulen können. Ja, ich hab, ich hab die Taste gedrückt, verdammte Scheiße. Hau, hab ich gesehen. Das hörst du mir übrigens die nächsten Jahre an. Ich glaube nicht. Ich glaube schon. Da bin ich aber ganz stark dagegen. Das ist mir egal. Das weiß ich. Das ist gut, dass du das weißt. Nee, nee, nee. Das denke ich mir auch gerade. Nöööö. Geist net. Untertitelung des ZDF, 2020 Siehst du, so läuft es doch gut. Ja. Yay. Das Problem ist, wir müssen das Viech nur noch mal töten, weil wir diesen Schleim einfach nicht gekriegt haben. Wir brauchen noch Schleim des Zombie-Königs. Oh, nö, ne? Doch. Na toll. Mhm. Nee, eben nicht. Den hätten wir bestimmt beim anderen gekriegt. Oh. Ich liebe es, dich zu ärgern. Ganz offensichtlich. Das macht mir so Spaß. Mhm. Das merkt man kein bisschen. Schade, da muss ich noch weitermachen. Nein. Alles gut, das merkt man ganz extrem. Aber wir beenden einmal ganz kurz der Part hier. Wir sind schon bei 26 Minuten. Wir sehen uns dann gleich wieder. Tschau. Tschüss. Tschau. Nachtiskisch. Tschau.